Hallo, mein Name ist Barbara Zeemann. Mein Buch heißt Immerjan. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist mein Buch zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz fertiggestellt. Sobald Sie dieses Video aber sehen können, kann man es schon bestellen und damit Sie sich auskennen, lese ich Ihnen jetzt die ersten drei Seiten vor. Der Vorhang wallte, wieder angestoßen von schwüler Luft, ins Zimmer hinein und wich knapp vor dem Foteu zurück, ohne Immerjan zu berühren, der dort mit offenen Augen saß. Er starrte auf den durchsichtigen Stoff und versuchte, sich zu sammeln. Trübe traumelten die sinkenden Brocken eines Traumes vor seinen Augen, um die Beine strichen ihm weiße Tiere, die verblassten, dann gänzlich verschwanden. Während er die Wärme ihre Körper noch schwacher in den Waden spürte, versuchte er sich bereits vergebens an ihre Form, ihre Größe zu erinnern. Größer als kleine Katzen und kleiner als große Hunde waren sie gewesen, aber Gesichter, die ihre Zuordnung erlaubt hätten, hatten sie keine gehabt. Immerjan rieb sich die Augen. Er durfte sie nicht mehr schließen. Er musste sich jetzt sofort um jemanden kümmern, der ihm half. Er hatte Polly am Vormittag entlassen, schenkte seiner ehemaligen Assistentin, obwohl sie nicht weinte, das Taschentuch, in das seine Großmutter ein schnörkeliges I gestickt hatte und setzte sich im Salon seines Anwesens zornig an den Computer. Er tat so, als sähe er nicht, wie sie das Taschentuch auf das Bukett aus Rosen, Tulpen und gelber Iris warf, was ihn aber nicht störte, weil sein Stoff von der gleichen Farbe wie die Blütenblätter der blassen Sperrtlilie war, auf der es hängen blieb, die den ganzen Strauß dominierte. Ja, er war erleichtert, aber er fühlte sich auch ein wenig verwirrt. Er hatte nicht vorgehabt, sie zu entlassen und es war ungewohnt, schon graute ihm an die Eröffnung zu denken, ohne Polly in die Planung einzubeziehen. Nach dem Mittagessen hatte er das Speisezimmer verlassen, um etwas aus dem ersten Stock zu holen, hatte aber, sobald er dort gewesen war, nicht mehr gewusst, was er tun wollte und er konnte sie nicht anrufen. Er war durch das Onyx-Badezimmer und das Gläserne über den Flur gestreift, war wieder die Treppen hinuntergestiegen und in den Salon zurückgekehrt und hatte sich auf den Foteu gesetzt, in dem er dann eingeschlafen war. Eine Sekunde kam ihm vor, es fehlte nicht mehr viel, bis aus seinem Anwesen ein Museum geworden sein würde, dann aber geriet er ins Schwanken. Sie hatten heute Nachmittag die Öffnung des Hagebuttenbergs bekannt geben wollen, im gleichen Atemzug den Termin der Eröffnung. Auf den 29. August hatten sie ihn festgelegt, in knapp zwei Wochen war das. Bevor er aber irgendeinen Schritt unternahm, musste er sich einen Überblick verschaffen. Das Problem war nur, dass heute schon jemand von den Heften für Kunst- und Denkmalpflege hier gewesen war, der alles fotografiert hatte und alles, was sie sagten, aufgeschrieben. In 13 Tagen würde der Fotograf für die abschließenden Aufnahmen wiederkommen und der Bericht über die Rückführung seiner Mies van der Rohe-Ville in den Originalzustand würde exakt einen Tag später anlässlich der Eröffnung des Museums erscheinen. Es ließ sich also nichts mehr verschieben. Seine Gemäldesammlung war so groß und der Hagebuttenberg war mindestens 20 Jahre vollkommen abgeschottet gewesen und er fühlte sich unwohl bei dem Gedanken an Hunderte, die um den Brunnen des Vorplatzes versammelt standen und in sein Haus wollten. Im Dorf Frau Untemann auf dem Hagebuttenberg sah in die Zimmer der Nachfahren des Zementfabrikanten Benedikt Immerian Senior die Wände, die Böden mitsamt der aus ihnen emporwachsenden Möbel aus Zement gegossen. Im Reflexionsbecken hielten sie sich Regenbogenforellen und Regenbogenforellen fressende Hechte, nach jedem Regen würden hunderte Schnecken über die Steinwiesen kriechen, die der einzige Sohn, der Schwimmer, in Körben sammelte und im Butterschmalzgebacken verspeiste. Seine mondäne Großmutter, seine Nymphomanin gewesen, die eine Liebschaft mit dem Lehrer hatte, was man daran erkannte, dass sie an den Tagen, an denen sie zu ihm ging, tafelgrüne Kleider trug. Des Weiteren gab es Spekulationen über einen Keller, den die Immeriansen und schon in dritter Generation mit Spitzhacken unter ihr Haus in die Steinwiesen trieben, weil Mies van der Rohe ihm keinen gegeben hatte. Dankeschön.